Wenn er nicht in die Platzierung gekommen ist, aber für seinen Hund eine Urkunde haben möchte, die er inzwischen nicht kriegt, möge er sich bitte nachher bei Frau Arnold, die Wink dort hinten, melden und dort bekommt er dann seine eigene Urkunde. Also jeder, wer nicht in der Platzierung 1 bis 6 ist, kriegt natürlich auch eine Urkunde, wenn er diese Urkunde bei Frau Ursula Arnold nachher haben muss. Außerdem wird alle Zeiten nochmal ausgehängt. Wen es also interessiert uns mehr, wie schnell gelaufen ist, kann man diese anschauen. Wir beginnen mit der Siegerehrung und die Siegerehrung wird unterstützt durch die beiden Rennleiter. Die kennen wir schon, der KK und der FF, der Klaus Klobe und der Frank Fentscher. Wir beginnen mit der Größe Klasse G. Wo war denn hier? Größe Klasse G mit dem Platz 6. Da habe ich mich gelungen. Soll ich den Kursen alles gut tun? Soll ich den Kursen alles gut tun? Wo ist der Lundgang? Was sind die drei? Die Kassel und die Kassel. Hier. Hier. Schle mismo. A Tu? Se. Puh. Ja. Komm. Buh. Neue. Tracks. steil. Wunderbar, jetzt gehen wir zum Protest, Platz Nummer 3, Start Nummer 7, Jackie, oder Jackie, 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 und noch jemand mit Y, Platz Nummer 2, die Nummer 90, Lucky. Nummer 1, und Sieger in der Klasse M, die Start Nummer 43, Kito. Wo ist der Kito? Halt, der Kito kommt nicht in die Wertung. Wo ist der Anhänger? Ohne Anhänger, sorry. Das geht für uns nicht, bitteschön. Die haben wir schnell wie vor. Der Anhänger muss da rein stehen. Dany wollte nämlich die ganze Runde rennen. Bitte, 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 bitte. Bitte, 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 bitte. So für den jetzt der 5-Termin an Hunde lächeln. Tschüss. 21, 22, 23. Glückwunsch, Dankeschön. So, wir kommen nun zu der... Das ist ein Turnier. Jetzt schauen wir alle mal, warum das die S-Klasse ist. Also, die sind besonders klein. Und Sie wissen, für die kleinen Rassen haben wir die Drahten besonders groß geschnitten in diesem Jahr, ne? So, wir haben jetzt schon den Termin. Mit der Lächeln zurück und nach vorne, die Licht nach vorne und nach vorne. Das ist ein Turnier. 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 Musik 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 One love, one life When it's one need in the night One love, forget to share it Leaves you, baby, if you don't care for it Did I disappoint you?